Oh yeah. Da sind so ein paar Sachen jetzt hier gerade passiert und das ist schon echt heftig. Da sieht man, dass obwohl UFC eigentlich so ein krasser Sport ist, den so viele Leute anschauen, dass die so businesstechnisch echt nicht gut am Start sind. Schauen wir uns mal kurz an, wie die Einnahmen der letzten Kämpfe waren. Oder vergleichen wir mal die Einnahmen von den UFC-Fightern mit Boxern. Welchen Boxer nehmen wir mal? Sagen wir mal einen halbwegs guten Boxer, der ganz gut verdient hat, jetzt aber nicht der krasseste ist. Adrian Broner. Das ist der Typ, der bei Mayweather trainiert hat und so möchte gern Mayweather war und ein paar Mal ordentlich auf die Schnauze bekommen hat, weil er das Training und so nicht ernst genommen hat. In seinem letzten Kampf, als Adrian Broner gegen Manny Pacquiao gekämpft hat, war das überhaupt wirklich der letzte Kampf oder nicht? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Manny Pacquiao hat 10 Millionen Dollar verdient, nur für das Kämpfen, also da ist jetzt nicht Sponsoring oder irgendwas noch dabei, nur Kampfgage. Und Adrian Broner hat 2,5 Millionen kassiert. Aber alleine für das Kämpfen hat Adrian Broner 2,5 Millionen Dollar kassiert. Adrian Broner ist jetzt nicht der größte Superstar im Boxen. Wirklich nicht. Alter, was kriege ich denn hier für Werbung? Was ist das denn? Willst du lokale Single-Frauen, die nach ernsthaften Beziehungen und Lebenspartnern suchen? Ich kann nicht mehr, schau dich mal hier an. Das könnte meine Oma sein. Ja, safe will ich die treffen. Wie kann man sich da melden? Echtes lokales Datum anmelden. Ja, ich melde mich da jetzt auf jeden Fall an, um hier die Gerta hier kennenzulernen. Also, Adrian Broner ist jetzt nicht der krasseste Superstar oder so im Boxen. Aber er hat trotzdem 2,5 Millionen Dollar verdient im Kampf gegen Manny Pacquiao. Okay, Manny Pacquiao ist natürlich andersrum ein sehr großer Star im Boxen, deswegen hat er wahrscheinlich dafür einfach mehr Geld kassiert. Aber jetzt schauen wir mal eine andere Sache an. Adrian Broner gegen Mikey Garcia. Also, Adrian Broner hat im Kampf gegen Mikey Garcia auch eine Million Dollar verdient. Wie gesagt, Adrian Broner ist nicht der krasseste Boxer. Und jetzt müsst ihr euch mal schauen. Nate Diaz ist einer der größten Namen bei der UFC. Ja, ist Fakt. Nate Diaz ist einer der größten Namen bei der UFC. Jorge Masvidal ist mittlerweile auch einer der größten Namen bei der UFC. Und die haben nur 500.000 Dollar für diesen Kampf kassiert. 500.000 Dollar, das ist gar nichts. Die hauen sich komplett die Fresse ein. Und als Top-Verdiener bei der UFC kriegst du nicht mal ansatzweise so viel wie ein halbwegs anständiger Verdiener beim Boxen. Ja. Ja. 560470 fragt, sind 500.000 wenig? Ja. 500.000 ist nichts für das, was sie da machen. Ihr seid Weltstars. Was verdient denn ein Cristiano Ronaldo? Das müsst ihr euch mal überlegen. Ein Cristiano Ronaldo kickt ein bisschen mit dem Fußball so durch die Gegend und verdient Millionen. Die Leute stellen sich in den Ring, lassen sich halb tot prügeln und verdienen nur 500.000. 500.000 ist vielleicht für uns eine ganz gute Summe an Geld. Aber ihr müsst ja mal bedenken. Ey. Die haben Arztrechnungen zu bezahlen. Das ist nicht Deutschland, wo ihr eine Arztversicherung, Krankenversicherung und so habt. Wenn die sich in der Fresse irgendwas brechen, rennen die erstmal ins Krankenhaus, werden da irgendwie operiert oder so. Und zahlen erstmal 50 Riesen an das Krankenhaus. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wie viele solcher Kämpfe wie Masvidal gegen Nate Diaz kann man denn machen? Wie oft kannst du dir denn die Augen komplett kaputt schlagen lassen und alles mögliche? Wie lange kannst du als Kampfsportler in deiner Karriere kämpfen, um auch wirklich dein Leben lang dadurch zu verdienen? Conor hat super verdient. Ja klar. Conor hat sehr viel verdient, weil Conor der größte Star im Sport aktuell ist. Conor ist allgemein im Sport der größte Name aktuell. Conor McGregor hat alleine für das Kämpfen 3 Millionen kassiert, während Cowboy Cerrone 200.000 kassiert hat. Conor aber mit Pay-Per-View, mit Sponsoring und so hat wahrscheinlich an die 80 Millionen verdient. Also er hat nur für das Kämpfen 3 Millionen kassiert, allerdings aber insgesamt alles drumherum hat er wahrscheinlich 80 Millionen kassiert. Aber trotzdem, 3 Millionen. So, jetzt auch hier wieder das Thema. Conor ist der größte Star im MMA-Geschäft. Völlig egal, ob Khabib ihn fertig gemacht hat oder so. Conor ist der größte Name. Conor hat die UFC erst groß gemacht. Da könnt ihr mit mir jetzt diskutieren, wie ihr wollt. Conor hat die UFC groß gemacht. Ohne Conor McGregor wäre die UFC heute nicht da, wo sie ist. Das ist Fakt. Das ist einfach Fakt. Und trotzdem hat Conor nur 3 Millionen Dollar kassiert für den Kampf. Das ist gar nichts. Das ist nichts. Schau mal, wie gesagt, Adrian Broner hat in seinem Kampf 2,5 Millionen kassiert fürs Boxen. Und er ist nicht der größte Name. Das ist Mittelfeld. Ja, er hat sich super verkauft. Genau das ist es. Conor verdient nur so viel Geld, weil er sehr, sehr gute Werbeverträge und Sponsorings und alles Mögliche hat. Aber alleine von der Bezahlung her, von dem Einkommen, das er nur durch das Kämpfen bekommt, ist es viel zu wenig. Wie wird das Einkommen von einem Profi-Fighter oder so zusammengerechnet? Das erkläre ich euch jetzt kurz. An erster Stelle ist die Bezahlung von der UFC selber. Die sagen dann also, ey, du kämpfst da und da. Wir zahlen dir für diesen Kampf 500.000 beispielsweise. Wenn du dann also kämpfst, bekommst du 500.000. Dann, angenommen, das ist ein Hauptkampf, ein großer Kampf, bei dem auch Tickets verkauft werden, wo der Kampf dann beispielsweise im Fernsehen läuft oder so. Die Leute können sich dann auch für 30 Euro oder so diesen Kampf kaufen. Dann werden diese Fighter auch an diesen Einnahmen beteiligt. Sagen wir mal, die kriegen dann 10% von den Pay-Per-Views oder so. Wenn jetzt also, wenn die halt zum Beispiel bei diesem Kampf dann 30 Millionen eingenommen haben und beide Fighter jeweils 10% bekommen, kriegen sie nochmal 3 Millionen obendrauf. Dann gibt es noch das Sponsoring. Also wenn die Unternehmen haben, die dahinter stehen und sagen, ey, wenn du kämpfst, trägst du auf deiner Shorts dann zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, äh, Adidas oder sowas. Dann zahlt Adidas auch dafür, dass sie im Ring ihren Namen tragen, auch nochmal Geld. Und aus diesen drei verschiedenen Sachen setzt sich dann das Gehalt von einem Fighter zusammen. So, John Jones hat in seinem Kampf ja gegen, gegen Dominic Reyes gekämpft. Was war die Gage? 500.000! 500.000 hat John Jones für diesen Sieg bekommen. 500.000! Das ist nichts. John Jones ist mit, ist neben, neben, äh, 500.000 ist nichts. John Jones ist neben Conor McGregor der, ne, der, der zweite größte Name im, im, äh, bei der UFC. Vielleicht noch, äh, mit, mit Khabib oder so. Aber John Jones war jahrelang der spitzen Typ bei der UFC. Der wirklich Geld der UFC gebracht hat. Die wollte, die Leute wollten ihn alle fighten sehen. Und er hat nur 500.000 kassiert. Das ist nichts, Freunde. Diese 500.000 müssten euch ja mehr oder weniger dann auch ein Leben lang reichen. Das ist ja nicht so, dass ihr, äh, dass ihr angestellt seid und dann ein bisschen die Rente, äh, fightet. Ihr kämpft, bis ihr Mitte 30 seid oder so, bis dann irgendeine Verletzung kommt, äh, bis eine Verletzung oder so kommt. Und dann, was ist dann? Da müssen, da müssen beispielsweise diese 500.000 für den Rest eures Lebens reichen. Ja, genau. Floyd Mayweather ist der bestbezahlte Fighter der Welt gewesen. 300 Millionen für den McGregor-Kampf. Und McGregor hat wahrscheinlich auch etwa an die 100 Millionen für diesen Kampf kassiert. Ja, deswegen, McGregor ist der klügste Kopf bei der UFC. Die können machen, was sie wollen. Er ist derjenige, der die, der die, äh, der die, wie soll ich das sagen? Die Verhandlungsgespräche laufen nach seinem, nach seinen Eiern ab. Wenn er sagt, ey, ich will das und das, müssen die das machen. Ganz einfach. Die müssen das machen. Weil er einfach viel zu viel Geld bringt. Der Co-Main-Event. Also, im Co-Main-Event hat Henry Cejudo seinen Bantamweight-Titel gegen Dominic Coos verteidigt. 350.000. Was? 350.000 nur. Das wird immer weniger. Das sind die größten Namen bei der UFC. Ich glaube, ein Fußballspieler in der 2. Bundesliga verdient schon mehr als die Weltmeister bei der UFC. 450.000 jährlich in der 2. Bundesliga. Ihr seid nicht mal die Spitzenmänner. Ihr seid noch irgendwelche Tölpel, die sich gerade noch irgendwie ein bisschen was aufbauen wollen oder so. Und ihr verdient schon eine halbe Million im Jahr dafür, dass ihr ein bisschen den Fußball durch die Gegend kickt. Und die besten Fighter bei der UFC kriegen pro Kampf gerade mal läppige, läppische 300.000 und lassen sich dafür alle Knochen brechen. Lass mal sehen. Das ist nämlich wirklich interessant. Denn Ronda Rousey war ja mit Abstand eine der bestverdienendsten weiblichen MMA-Fighterinnen. Jetzt lass mal schauen. Ronda Rousey vs. Holm Perth. Das war am Höhepunkt ihrer Karriere. Also da war gerade Rousey komplett am Höhepunkt ihrer Karriere, weil sie war noch ungeschlagen. Jeder wollte sie fighten sehen. So, despite losing in a 48 seconds TKO, also trotz der Niederlage in 48 Sekunden durch TKO, hat Ronda Rousey 3 Millionen Dollar verdient in diesem Kampf. Ey, nicht schlecht. 3 Millionen. Ronda Rousey hat 10 Mal mehr verdient als Henry Cejudo. Das ist krass.